Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Stillwater. Ein sehr interessanter Film mit Matt Damon. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Sind Sie in Marseille, um Urlaub zu machen? Ich besuche meine Tochter. Bill kommt aus Oklahoma, arbeitet als Bohrarbeiter und seine Tochter Madison studiert in Frankreich, Marseille. Als sie dann plötzlich aber unter Mordverdacht steht, wird sie verhaftet und kommt ins Gefängnis. Es geht in diesem Film eben um einen Besuch ihres Vaters Bill, als er nach Marseille kommt und plötzlich neue Erkenntnisse auftauchen zu dem Fall von vor einigen Jahren. Und ja, die Anwältin will nicht wirklich helfen und so entschließt sich Bill erstmal zu versuchen, auf eigene Faust etwas genauer nachzuforschen. Darum geht's. Das Ganze ist nicht so, ja, übertrieben wie in manchen, zum Beispiel Liam Neeson-Filmen, dass er jetzt für seine Tochter da über Leichen sozusagen geht oder richtig hautrauf-mäßig. Nee, es ist alles sehr auf dem Boden geblieben. Realistisch, er ist auch nicht der Schlauste, in Anführungszeichen, sondern er versucht eben herauszufinden, wie was funktioniert und lernt dabei auch Virginie und ihre Tochter Maya kennen. Und daraus entsteht eine sehr interessante Freundschaft zwischen den dreien. So nach und nach merkt man, wo das Ganze hinführt. Aber der Film hat auch einige Wendungen, die durchaus sehr, sehr interessant sind und mich in Anführungszeichen überrascht haben. Dementsprechend macht dieser Film von der Erzählweise her alles gut. Er ist mit einem sehr langsamen Tempo erzählt, also gut 20 Minuten weniger. Hätte da wirklich etwas bewirkt, dass das Ganze leicht gestrafter wirkt. Man muss nichts rausnehmen, man muss es nur etwas zusammenraffen. Dann wäre das Ganze etwas kompakter gewesen, weil so wirkt es etwas träge erzählt. Aber die Geschichte ist nicht minder spannend und trotzdem sehr gut erzählt. Dementsprechend erzählerisch, coole Geschichte, sehr interessant. Nicht so eine typische Südstaatengeschichte. Vier von fünf Punkten. Weiter geht es zum Schauspielen. Und da muss man sagen, Matt Damon macht hier einen echt guten Job. Ich finde den einfach cool in seiner Rolle. Vor allem, weil das Ganze hier so aufgebrochen wird. Es ist dieser Südstaatler sozusagen, der wirklich original wie ein Ami aussieht. Aber halt auf der anderen Seite das Ganze in einem neuen Setting und er sozusagen versuchen muss, da irgendwie durchzukommen. Und nicht mehr dieser harte Amerikaner irgendwie raushängen lassen kann, weil es eben in Frankreich komplett anders läuft. Sehr, sehr cool. Dazu kommt aber auch noch das Schauspiel von der Frau, die er kennenlernt. Gespielt von Camille Cotin. Die macht wirklich ebenfalls einen guten Job. Die harmonieren sehr, sehr gut zusammen. Und das Ganze auf einer freundschaftlichen Basis, was man erstmal bei so einem Film gar nicht denken mag. Und das ist sehr interessant, vor allem auch mit dem Zusammenspiel mit der Tochter. Sehr schön, guter Cast. Kann man nicht meckern. Vier von fünf Punkten. Technisch muss ich sagen, sieht der Film insgesamt sehr schön aus. Er ist hochwertig produziert, hat einige schöne Bilder, ist vom Look ein bisschen anders. Aber insgesamt auch nicht so, dass man sagen kann, wow, sie haben das Maximum rausgeholt. Insgesamt sehr, sehr solide produziert. Hat mir gut gefallen. Drei von fünf Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Und ich muss sagen, Stillwater ist ein Film, der mich überrascht hat, weil ich gar nicht so was erwartet hatte. Ich dachte, das wäre so ein typischer Südstaaten-Film. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir im Vorfeld nichts dazu durchgelesen oder angeschaut. Und dementsprechend bin ich da voll unvoreingenommen reingekommen. Und das ist schön gewesen, weil dieser Film einen überrascht mit dem Setting, mit den Personen. Und das einem auch oft nahe geht und einfach sehr unterhaltsam ist. Dementsprechend kann ich den Film wirklich nur jedem empfehlen, der ansatzweise mal meiner Schilderung so Lust hat. Der Trailer ist vielleicht so, habe ich jetzt im Nachhinein gesehen, ein bisschen zu reißerisch gemacht. Es ist ein Drama. Und darauf muss man sich einlassen, aber dann funktioniert der richtig gut. Dementsprechend vier von fünf Punkten. Insgesamt 15 von 20 Punkten. Sehr starker, guter Film geworden. Kann man sich definitiv anschauen. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao. 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 Ciao.